Eines Morgens klingelte es bei Lars N., dem Inhaber eines Maschinenbauunternehmens, an der Tür. Es war der Staatsanwalt, zusammen mit der Polizei. Lars N. hatte niemanden betrogen. Er hatte keine Steuern hinterzogen und auch keine Banküberfallen. Lars N. hatte eine Maschine geplant, hergestellt und verkauft. Diese Maschine. Eine nicht sichere Maschine ohne CE-Kennzeichnung. Beim Arbeiten mit dieser Maschine hatte sich Peter K. schwer verletzt. Also hat der Staatsanwalt den Vorfall untersucht und die Maschine in der Firma von Peter K. vorerst stillgelegt. Keine Produktion. Kein Umsatz. Kein Gewinn. Und nicht zu vergessen, eine lebenslange körperliche Einschränkung für Peter K. Peter K. und sein Chef haben Lars N. verklagt. Auf Schmerzensgeld für die schwere Verletzung und auf Schadensersatz für die finanziellen Einbußen. Der Fall geriet in die Presse. Die Folgen Ansehensverlust, Kundenrückgang, Umsatzeinbruch. Der Fall von Lars N. Er ist keineswegs ein Einzelfall. Jährlich erleiden weltweit rund 270 Millionen Menschen ernste Verletzungen, bedingt durch fehlerhafte Maschinen. Maschinen wie die von Lars N. Damit Sie Gefahren für Leib und Leben Ihrer Mitarbeiter vermeiden können, hilft Siemens Ihnen, Maschinen sicher zu machen. Siemens. Schnell und einfach zur sicheren Maschine. Siemens. Schnell. 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 Schnell